Hi, hier ist Christian Höfling aus Arnsburg vom Edeka Höfling und ich wollte euch heute mal ganz kurz unseren neuen Mitarbeiter einmal vorstellen. Das ist Pepper. Hi Pepper, wer bist du? Hi Christian, ich bin Pepper und bei dir im ersten Ausbildungsjahr. Was machst du denn bei uns so? Ich informiere unsere lieben Kunden über unsere Sicherheitsregeln. Danke, dass ich in deinem Team sein darf. Frohe Ostern wünsche ich euch allen, bleibt gesund. Ja und auch einen herzlichen Dank nicht nur an den neuen Mitarbeiter, den wir jetzt haben, sondern auch an das gesamte Edeka Höfling Team in Ossteinbeck, in Arnsburg. Ihr habt alle mega mitgearbeitet in den letzten drei Wochen in der Corona-Krise. Wir haben noch ein bisschen Zeit vor uns und weiter so. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.